Jo Leute und damit wieder willkommen zurück zu Spark's Challenge. Immer noch mit den Flash-Shooter. Stimmt doch gar nicht. Stimmt jawohl. Stimmt ja gar nicht. Ich war hier, hab mich wieder hingestellt und wollte weiterbringen. Und sehe gerade, dass ich gar keine Facken habe. Und der hat dann gecheatet. Und hab keine Kohle. Äh, doch Kohle schon, aber kein Holz. Und der hat dann gecheatet. Und du stinkst. Fällt dir keine bessere Aussage aus? Fällt dir keine bessere Aussage aus? Ich stink gar nicht, ah nicht. Gar nicht, ah nicht? Gar nicht, gar nicht. So, ich brauch nur noch mal ne Fettstumfackel. Oh ja. Die ich verloren hab. Fertigstumfackel. Was ist bei dir falsch, aber eindeutig gelaufen? Wir müssen mal ganz falsch durchspringen. Okay, jetzt ist gut. Macht sich nicht über dich lustig. Fertig. Ein Skelett. Stimmt. Verreck. Verreck. Ach man. Boah, Zombie, verpiss dich. Erstmal unten buddeln. Ach ja. Die scheiß Monster. Jao. Da kommen noch mehr. Da ist sie. Komm ein bisschen in der Nähe. Ja, ich glaub ja, ne? Mhm. Wow, wenn ich nicht aufpasse, verreck ich gleich. Hoffentlich. Ne, schlafen. Und aus dem Bett fallen wieder. Ja, dabei. Ach ja, weißt du was? Ich hab immer noch kein Fenster. Tröste dich, ich hab auch kein Fenster. Mittlerweile hab ich ein offenes Dach. Wo immer eine Kisten da immer rausragen. So, jetzt muss ich jetzt mein Glas brennen. Sie können nicht schlafen. You can only sleep at night. Mhm. Ach, das sind noch Zeiten gewesen. Ah, Kea. Ist das herrlich. Vanillans. Oh ja. Bitte. Kommt. Mach mal. Fickie, fickie, fick. Na, kannst du bitte mit dieser Jugendsprache aufhören? Tot. Wo kommt das scheiße Skelett denn her? Ach komm, bitte tot. Wie geht das denn mit einmal? Mit Goldhelm. Bist du tot? Nein. Verdammt. Dann ist das kein Spaß. Gillette. Hallo. Hallo. Centus. Na. Hallo. 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 Bist du irgendwie ein bisschen. Hallo. Gaga? Hallo. Hallo. Also nicht wundern, der ist ein bisschen Gaga im Kopf. Glaubt das nichts Neues? Nö. Es tut mir sehr leid für den. Der hat auch noch einen verzauerten Heim gehabt. Ja, und du kannst ihn nicht diskriminieren, weil er einen anderen Helm auf hat. Aber dich ja. Nein, ich hab nur einen Eisenhelm auf. So. Hups. Glas. Zack, zack. Fenster drin, endlich. Nach gefühlten tausend Jahren. Ich mach mir jetzt erst mal ne Eisenhustung. Hahaha. Dann bist du nicht so schnell verwechst, ne? Mhm. Komm schon, Level 20. Den müssen wir auch wieder kriegen. Aber wenn wir Level 30 wieder verzauern können. Hä? Da. Boah, bin ich blind. Ja, das bist du. Mach's ja ruhig. Du hattest wohl einen Berg vor dir. Ahahaha. Boah, der war wieder schlecht. So lustig überhaupt nicht. Okay. Schon schlimm, ne? Was, dass du ein Jude bist? Nein, ich bin kein Jude. Ach toll, jetzt wird mal ein Eisen. Jetzt wirst du rassistisch. Nee, werd ich nicht. Und du mindest mich auf meiner Religion aus. Welche Religion? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen, wie sie heißt. Achso. Wie lüge ich am besten rum? Ja. Cool. Das ist doch ne gute Religion. Kenn ich auch. Der hätte bestimmt immer einen dauerstrammen Pastor. Level 20. Level up. Alter, warum haust du mich? Level up. Level up. Ach, Mann. Du 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 du. Ach, bitte, ey. Es gibt doch Ohrenschmerzen. Hallo, Küper. Du 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 du. Solche Fakkel. Kaum noch eine Redstone Fakkel. Und da wirst du gleich noch mal meine Sachen wegspringen. Mein letztes TNT. Fakkeln bauen. So. Ich glaub. Fast drei Stacks reichen davon, ne? Ja. Fühl ich eigentlich mit den Zäunen jetzt ganz seit bei mir echt. Achja, Glas brennt. So, Rüstung hab ich an. Ja, toll find ich dabei, da kann ich doch noch einen Ball in den Ofen schmeißen. Lass nochmal die Tür auf, echt. Glas ist auch gleich fertig. Zack. Kommt, Tür zu, zack, zack. Hallo, Zombie. Hallo. Flash. Fick dich, Flash. Was? Was? Wo geh ich denn hin? Komm, Zombie, willst du in die Lava-Maschen runter und ein heißes Bad nehmen? Dann nicht. Wo hab ich das TNT denn gesetzt? So weit unten? Ach da. Komm, zack. Uah, weg hier. Bam, bam, bam. Okay, bin ich jetzt blöd? Was soll ich denn machen? Ja, das bist du immer. Ach, ich wollte die Kiefer ja killen, ne. Hey, Redstone freigelegt. Ich wollte ja... Ach ja, jetzt... Was dachtest du eher? Ich wollte meinen Slot für Essen eben austauschen. Oh, Level 26 bin ich. Ne, 21 noch, noch. Da war ich grad am Graben. Ach ja, wegen Fackeln war ich hier unten. Bin hier hochgegangen. Oh, Männchen, ja, bist du zu blöd. Ja, ja, ja. Boah, ich brauch halt nicht mal wieder Diamanten. Schatzend. Ja, was ich immer ganz viel finde, Redstone. Ganz eh, mit kaum was anfangen. War das nicht früher, dass man da so wenig von gefunden hat? Mhm. Und jetzt findest du Redstone über vollen Massen. Deswegen ist das eigentlich so unnütz. Mhm. So wie du, ne? Oh, ich verreck hier gleich auf den Stuhl. Jetzt wird dich... Weißt du, kennst du so Down-Punkte, wenn du so am Einschlafen bist? Mhm. Die sind nicht so halb in der Kurve hier. So ein Rekord schon, so... So ein Sessel. So gut. Boah. Ja, du warst ja heute auch arbeiten, ne? Ne. Ne? Und dann bist du so kaputt. Ich war gestern lange an. Dann musste ich heute Morgen mit meinen Ellies los, weil Vater dann auf dem Weihnachtsmarkt ist. Und wir mussten alles aufbauen, weil wegen dem Sturm er die ganzen Weihnachtsmärkte hatten bei uns gestern zu. Haha, okay. Oh. Armes Tuff Tuff. Sagst du, ich hab frei... Ja, kannst du bitte... Kannst du bitte, ne? Da hast du ja wie die Pest. Kannst du bitte helfen. Ja. Ich um neun aufgestanden, okay. Da hab ich noch schön geschlafen. Ja, siehst du, du hast halt so... Ich hätte dann vielleicht auch noch ein, zwei Stunden schlafen können, weißt du. Und dann... Mittagessen, und dann mach ich, wenn ich frei hab, immer noch so ein halbes Stündchen Mittagsschlaf. Um halb elf bin ich aufgestanden. Ja, guck. Du Sau, du. Also... Mhm. Ne, war wirklich gestern heftig. Da haben sie ja gesagt, selbst im Radio, dass alle Märkte schließen. Mhm. Ja, hier war Dauerdurchsage fast. Ja. Also, wie willst du denn so anders machen? Du hast auch kein Wunder mit Hamburg. Ja. Ich muss grad durch halt, ne. Aber richtig. Ach komm. Du hast noch sechs Minuten. Ich sitz... Weißt du, du wirst dir vorstellen, so eingeschränkt die Beine, so richtig schon zusammengeklammert, dass es richtig warm wird. Ich weiß, wie das ist. Dann Tastatur und dann so langsam immer die Augen zwischen. Gerade hab ich dich schon verwirrt. Hey, was willst du denn machen? Dann fällt dir das wieder ein, höh? Okay. Ich hab das schon gehabt. Aufm... Aufm Stuhl gesessen. Nach der Frühschicht. Maus. So schön zurückgelegt. Ja. War auf Facebook zugegangen und dann... Eingepinnt. Ja, das ist dann... Ey, das ist immer so geil. Und halt immer noch eine Maus. Ja. Darf bloß nicht mit dem Gesicht auf der Tastatur einschlafen. Das kommt... Das sieht nicht gut aus. Ja. Ist dir bestimmt schon passiert, ne? Nein. Nee, dir doch nicht. Mir ist das noch nicht passiert. Doch, hab ich mich da so ganz so aufgelegt. Achja. Boah, Diamanten, ey. Wo seid ihr? DIAMANTEN! Nicht für dich vorhanden. Nee, merk ich schon. So, hier ist nix mehr zum Ausfüllen. Doch da oben, aber... Das ist nix. Drei Level noch. Aber jetzt brauche ich das ganze Leder. Leder, Leder, Leder. Ja. Guck. Was farmst du jetzt, wenn du noch nicht mal Leder hast? Einfach nur so. Ach, wer war denn mein Ausgang hier? Da? Ja. Ja. Dann er sagt Kohle, 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 Kohle. Müsste ich mir sonst auch noch mal nen Amboss machen. Aber ne, dafür brauchen wir ja auch Diamanten. Beh, warum? Um die Spitzsäcke halt zu machen. Ja, zum Reparieren. Und Level. Ja. Boah, ey. Kommt hier grad gar nix mehr. Ja. Deswegen ganz viele Diamanten suchen und essen richtige Sachen. Kröften. Mhm. Beziehungsweise passen dann Kröften die Sachen. Hey, hier war auch nicht mein Ausgang oder war der da? Hier ist Krövel. Ja. Hör hier irgendwo aus. Macht mir grad Angst. Sehr macht dir Angst. Weil die kleinen Zombies hören sich voll komisch an. Mhm. Wie musst du das machen, ey? Das ist ja voll der widerliche Ton. Mhm. Kohle. Wie widerlich wie du bist. XP. Ich weiß nicht, ob ich Spitzsäcke oder Schmuck kann. Diamanten. Naffa. Naffa dusch. Na endlich. Hauptsache wenige. Wie wand dann? Hauptsache nicht viele. Äh. Vier Stück. Na. Dann geht ja noch. Was heißt das ringsrum graben? Mach doch zumindest einen in eine Richtung oder mehrere Richtungen. Jetzt mal zehn, ne? Aber ich hab gleich keine Spitzsäcke mehr. Nur auf meine Tierspitzsäcke. Die fast im Arsch ist. Dann nutzt du halt die Dierspitzsäcke, die fast im Popöchen ist. Ja, ich kann mir ja ne neue machen jetzt. Ich hab auch immer jetzt ne Workbench dabei. Sprich Holz oder so. Ja, ich hab auch mit. Aber kein Holz. Aber kein Holz. Hm. Wollte ich was leihen. Aha. Guten Tag. Ist jemand? Okay. Da ist nix lang. Hier noch irgendwo was? Ein Diers. Ja manchmal hat man Glück, manchmal auch nicht. Nee. Aber gleich wenn meine Spitzsäcke kaputt ist, dann kann ich auch wieder zurück gehen. Nee, ich bin auch mehreren Ebenen über Diamant. Ja. Soll ich jetzt allgemein noch Eisen oder sowas. Ja. Ja, brauche ich ja auch noch. Also ich wollte mal sagen, hier kommen eh keine mehr. Nee. Ich hab schon genug abgegraben hier. Ich krab einfach weiter geradeaus. Mach den Tonnel mal ganz schön lang diesmal. Folge ist auch gleich zu Ende. Schon gesehen. Klack mich hier unten einfach dann aus. Ich... Ich schaff das eh nicht mehr. Hm? Ich hab schon mit dem Skelett wieder zusammengeklatscht. Hm. Ich schaff das eh nicht mehr zurück. Oh. Ja so. Dann kann ich auch geradeaus weitergraben erstmal. Bis die Spitzsäcke kaputt ist. Jemanden. Zauerei. Yay. Oh, ist fast zu Ende. Hm. Nochmal vier Stück. Und dann, jetzt ist hier Erde. Okay. So. Und da ist Lava. Ah. Hm. Mr. Lava Lava. Oh, yeah. Aua. Und ich hab immer noch kein Wasser einmal dabei. Mach sie doch mal ein. Ja. Ich hab immer einen dabei. Wollte das machen, aber wirst du wieder vergessen. Genau wie ich mir eigentlich eine Angel machen wollte. Die Angel ist noch relativ. Ja. Aber ich würde sagen, weil es ja sowieso fast recht schon ist, dass wir jetzt mal so langsam ausloggen. Langsam Richtung. Ausloggen. Ausloggen. Aber nur so langsam. uns fürs zugucken bedanken und sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. 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 Tschau.